Die ZDF-Reihe Da feiern die Schumanns gleich ein freudiges Ereignis. Die ZDF-Reihe Ob der jetzt jeden Tag so ein Theater macht? Bestimmt. Dein Vater, das ist vielleicht ein Held. Ja, das brauchst du gar nichts zu machen. Ich bin fertig. Mit den Nerven, vier Kinder, darunter ein Baby und die Mutter ist den ganzen Nachmittag nicht zu Hause. Also, das geht in keinem Fall so weiter. Morgen also gibt's ein Wiedersehen mit Tegla, Carola Witt und Peter Weck samt der ganzen Familie. Und dann am Mittwoch wieder, sowie am Samstag und Sonntag, jeweils um 19.30 Uhr. Untertitelung des ZDF-Reihe